Hi, ich bin Philipp von Nördfallmedizin und ich habe ja schon angekündigt, es soll ein bisschen um Stress gehen, stressige Situation und den Umgang damit. Worum soll es heute gehen? Heute soll es um den Umgang mit unbequemen Patienten gehen. Das heißt, wie arbeite ich solche Patienten ab, die mir einfach unsympathisch sind, die mich durchgehend aggressiv angehen, die sich immer nur beschweren. Jeder kennt solche Patienten und jeder sollte auch irgendeinen Weg haben, um damit sinnvoll umzugehen. Ich kann euch nur meinen Weg geben. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich habe keine richtigen Studien dazu gefunden, aber ich kann euch meinen Weg mal präsentieren. Fangen wir direkt an. Erstens, wie geht man auf solche Patienten zu? Häufig werden die Patienten ja schon angekündigt als der Patient in Raum 6, das ist wirklich ein Grießkram. Der hat sich die ganze Zeit schon beschwert. Viel Spaß mit dem. Und wenn man dann schon reingeht und so eine richtige Fresse zieht, entschuldigt meine Wortwahl, und den Patienten dann auch noch vielleicht unfreundlich begrüßt, dann ist der Kampf verloren. Was viel besser ist, ist auf den Patienten fröhlich zuzugehen, zu lächeln, zu sagen, guten Tag, Gotthard ist mein Name. Ich bin heute der behandelnde Arzt. Ich habe schon gehört, dass sie ziemlich unzufrieden waren mit der langen Wartezeit. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ab jetzt wird es besser. Aber was ist denn ihr Problem? Wie kann ich ihnen am besten helfen? Wenn ihr so auf den Patienten zugeht, dann entwaffnet ihr ihn schon direkt im Vorfeld. Ihr nehmt seine Probleme ernst, aber ihr zeigt auch deutlich, dass ihr daran jetzt nichts ändern könnt und dass ihr aber jetzt positiv weitermachen wollt. Und ehrlich gesagt, mit so Herangehensweise hatte ich bisher auch nur in seltensten Fällen Probleme mit irgendwelchen unsympathischen oder schwierigen Patienten. Wenn es euch doch mal nicht gelingt, dann ist auch immer so die Diskussion, sollte man den Patienten raten, sich zu beschweren. Vor allen Dingen dann, wenn sie sich über Dinge beschweren, für die ihr eigentlich gar nichts könnt. Wartezeiten, die Parkmöglichkeiten, irgendwelche Dinge. Ich persönlich bin der Meinung, ja. Man sollte ruhig sagen, wissen Sie, es ist auch in unserem Interesse, dass die Patienten zufriedener sind. Wenden Sie sich ruhig an unser Beschwerdemanagement. Wir sind dankbar für konstruktive Kritik. Andere von meinen Kollegen haben aber gesagt, das sollte man auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, worum es geht, ist, dass man weiß, wie der eigene Chef oder wie die eigene Führungsriege damit umgeht. Es gibt sicherlich immer noch Führungspersönlichkeiten, die mit Beschwerden so umgehen, dass sie erst mal euch damit konfrontieren und euch dann die Hölle heiß machen. Es gibt aber sicherlich auch mittlerweile, und das wird hoffentlich die Mehrheit sein, eine ganze Menge Menschen, die mit Kritik ganz konstruktiv umgehen können. Und dann kommt das Ganze auch gut an. So, Punkt 2. Wie geht man denn mit Patienten um, die euch einfach extrem aggressiv machen, die euch versuchen, wirklich auf die Palme zu bringen oder die vielleicht eine politische Gesinnung haben, die euch anbiedert? Ich habe in Rostock ganz viele Patienten gehabt, zum Beispiel die Hakenkreuze tätowiert haben, was für mich ein No-Go ist, wo ich mir immer überlegt habe, Mensch, wie kann man darauf reagieren? Und ich glaube, mein persönlicher Weg ist der, dass ich darauf überhaupt nicht eingehe. Ich bin als professioneller Arzt bei den Patienten, was die Leute in ihrem privaten Umfeld so für Meinungen haben, das hat mich eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr zu interessieren. Das kann ich, wenn ich Privatmann bin und die Klinik verlasse, immer noch dann thematisieren. Aber jetzt bin ich professionell bei den Patienten und muss den professionell abarbeiten. Das heißt, was ich mache, ist, solche Patienten möglichst kurz, aber effektiv zu behandeln. Sprich, wenn der Patient pöbelt, euch beleidigt, sagt, Mensch, ich habe keinen Bock mit dir zu reden, du Akademiker oder wie auch immer, was man da so hören könnte. Dann sagt man, darf ich sie kurz unterbrechen? Ihren Frust zum Trotz, aber ich möchte ganz kurz versuchen herauszufinden, was ihnen eigentlich fehlt. Mir geht es darum, ihnen zu helfen. Ich möchte möglichst schnell ihr Problem lösen, damit es ihnen wieder besser geht. Darf ich sie dafür kurz untersuchen? Und dann arbeitet man einfach seine tägliche Routine schnell ab. Versucht effektiv, dem Patienten zu helfen und ihn dann auch wieder zu entlassen. Das ist ja das Tolle in der Notfallmedizin und dem Rettungsdienst nach dem Transport oder nach der Versorgung ist der Patient nicht mehr bei euch, nicht mehr euer Problem. Wo ihr aber darauf Acht geben müsst, ist, dass ihr euch von solchen aggressiven Patienten nicht dazu verleiten lasst, eine schlechte medizinische Versorgung dann diesem Patienten zu geben. Erstens wird der Patient später immer sagen, wenn ihr einen Fehler in der Behandlung macht, der hat mich nur schlecht behandelt, weil dem mein Hakenkreuz gestört hat oder weil ... der mich sowieso unfreundlich fand. Das solltet ihr euch nicht, die Plus solltet ihr euch nicht geben. Und bei so Patienten geht es einfach darum, clean zu arbeiten, schnell zu arbeiten und die schnell wieder wegzubekommen. So, jetzt gibt es noch einen Trick, den ich euch mitteilen will. Das ist das Spiegeln. Wie kann man Patienten möglichst schnell downtalken? Ein ganz, ganz einfacher Trick ist, wenn ein Patient so richtig sauer ist, sich richtig in Rage geredet hat, vielleicht auch schon laut redet, verbale Gewalt anwendet, dann ist ein Trick aus der Türsteher-Szene, dass man solche Patienten gegenüber ganz ruhig und mit einer leisen und tiefen Stimme antwortet. Denn was passiert, wenn man das macht? Unser Gegenüber kann unterbewusst reflexartig seine Atemfrequenz nicht hochhalten, sondern er wird sie euch anpassen. Wir versuchen immer auf ein Level mit unserem Gegenüber zu kommen, um mit ihm zu kommunizieren. Wenn ihr nun also bewusst langsam atmet, dann werdet ihr die Atemfrequenz eures Gegenübers so oder so ein wenig senken. Und das senkt auch das Stresslevel des Gegenübers. Und mit einer langsamen und leisen Stimme beruhigt man dem Gegenüber auch wieder ganz unterbewusst. Vor allen Dingen ist aber eine leise Stimme deswegen wichtig, weil der Patient dann selbst leise sein muss. Das heißt, er muss euch aufmerksam zuhören, wenn er euch verstehen will. Und das will er ja. Er will ja auf euch irgendwie reagieren. Das heißt, diese Spiegel, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, womit man Patienten ein bisschen kontrollieren kann auf eine ganz unterbewusste Ebene. Das funktioniert auch bei Patienten, die vielleicht beeinträchtigt sind in ihrem Denkvermögen aufgrund von Drogen oder aufgrund von Erkrankungen. Und noch ein anderer Trick ist ganz einfach, versucht zu lächeln. Warum ist das so wichtig? Weil man dadurch unterbewusst selbst seine Gesichtsmuskulatur entspannt. Dadurch entspannt sich auch reaktiv der gesamte Körper ein bisschen. Und ihr persönlich geratet nicht so schnell in eine stressige Situation. Höflich lächeln. Das Ganze kann sonst auch, wenn man immer so lächelt, ein bisschen aggressiv rüberkommen. Dann fühlt sich keiner ernst genommen. So, das war es auch schon von mir. In der nächsten Ausgabe soll es um Tactical Breathing gehen. Das habe ich ja schon so ein bisschen gerade angedeutet. Wie könnt ihr euch in der Stresssituation schnell wieder unter Kontrolle bringen, wenn das Ganze mal aus dem Ruder läuft. Ich hoffe, dieser Beitrag hier hat euch gefallen. Ich bin extrem gespannt auf eure Rückmeldungen, ob ihr vielleicht irgendwelche anderen Tipps und Tricks habt. In der Literatur gab es leider relativ wenig dazu zu finden. Falls jemand von euch aber ein tolles Paper dazu kennt, immer gerne her damit. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.